Ich geh mal hier hoch. Kommt immerhin kein Roboter hinterher. Aber Monty's, ne Monty's, komm hinterher. Monty's von Zott. Ah, jetzt bin ich hier oben. Ich wollte, also ich meine, ist mir klar, wenn ich hochgehe, bin ich oben. Ja, sehr gut, komm hier, sehr. Okay, jetzt. Hui, what? Freddy! Was zum Sch? Warum? Ey, ich begreife das Spiel nicht. Lass mich raus. Boah, ey, der steht da in der Tür, wie ein fucking Türsteher, Alter. Let's go. Ablenkung. Nee! Nicht Ablenkung, Mann. Ich will das einsammeln. Jetzt habe ich die alle hergelockt. Shit.